Herzlich Willkommen! Mein Name ist Carmen Lederer. Ich bin Schulleiterin hier am Berufsschulzentrum Kölf-Häuser-Kreis. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute hier unsere Schule zeigen kann. Das Herzstück unserer Schule bilden 72 engagierte Lehrer und 860 Auszubildende und Schüler. Wir bilden in zwei verschiedenen Berufen der Berufsfelder Wirtschaftsverwaltung, Metalltechnik, Holztechnik und Hauswirtschaft aus. Gleichzeitig führen wir junge Menschen zu allen allgemeinbildenden Abschlüssen. An unserer Schule gefällt mir, dass zwischen Lehrern und Schülern ein respektvoller Umgang herrscht. Super ist, dass es bei uns sogar das Fachmanagement gibt. Ich bin geberüfter Logistikmeister und habe mich vor vier Jahren dazu entschieden, die Möglichkeit des Seiteneinstiegs in den Thüringer Schuldienst zu nutzen und unterrichte seit vier Jahren hier am Berufsschulzentrum im Fachbereich Logistik und Handel. Ich bin aus Thüringen und bin, nachdem ich in Rheinland-Pfalz studiert habe und im Saarland in der Automobilindustrie viele Jahre tätig war, nun wieder zurückgekehrt ins schöne Sondershausen und bin in den Lehrerberuf gewechselt. Hier bin ich von Anfang an super betreut worden und was mich absolut überzeugt hat, dass ich jeden Tag aufs Neue mit Wertschätzung durch das Referendariat geführt werde. Das Lehrerkollegium ist aufgebaut aus sehr viel Fachwissen bis hin zu sehr viel pädagogischem Wissen, sodass man da jederzeit Unterstützung bekommen hat, wenn es mal irgendwie eine Frage gab, was kann ich im Unterricht vielleicht verändern oder wie kann ich vielleicht mit dem einen oder anderen Schüler umgehen. Das hat mir den Einstieg tatsächlich am Ende sehr, sehr einfach gemacht. Und ich habe bis zum heutigen Tage den Wechsel in den Lehrerberuf absolut nicht bereut und kann alle anderen, die genauso denken, nur motivieren, diesen Schritt auch zu tun. Gegenwärtig haben wir hier noch eine große Baustelle. Es wird ein neuer Berufsschulkomplex entstehen mit modernen Unterrichtsbedingungen, einer komplett digitalen Infrastruktur. Werkstätten werden entstehen, Übungslabore und wir werden nach Fertigstellung im nächsten Jahr sicher eine der modernsten Berufsschulen in Thüringen sein. Sind Sie leidenschaftlich engagiert und bereit, die Zukunft junger Menschen mitzugestalten, dann sind Sie bei uns genau richtig. Kommen Sie in unser Team! Kommen Sie in unser Team! Kommen Sie in unserem Team! Vielen Dank.